Ich halte mich nicht für einen Killer-Gitarrenspieler oder einen Killer-Schlagzeuger. Meine Leidenschaft für Musik ist es, einen Song zu kreieren, der in den Erinnerungen der Leute haften bleibt und Emotionen weckt. Das sagte Joey Jordison einmal über sich und seine Skills. Er verstarb vorgestern im Alter von nur 46 Jahren. Aber was ist passiert? Hallo meine lieben Freunde. Eigentlich war ich jetzt gerade so in meinem Reportagen-Modus. Ich wollte mich eigentlich darauf konzentrieren, falls ihr mein letztes Video zu Armin Laschet noch nicht gesehen haben solltet, dann macht das gerne noch. Ich denke, das könnte durchaus interessant sein im Hinblick auf die Bundestagswahl. Aber es passieren dann eben doch Dinge, die einen aus dieser Routine so rausreißen. Und was soll ich sagen? Seit Corona sind das in musikalischer Hinsicht, im Hinblick auf diese Szene, sind das meistens Hiobsbotschaften. Und während meines Streams gestern Nacht wurde mir von Zuschauern die Nachricht übermittelt, dass Joey Jordison am 26. Juli 2021 im Alter von nur 46 Jahren verstorben ist. Also es war halt wirklich live und das war total surreal. Ein Sprecher der Familie sagt, er sei im Schlaf gestorben. Nun ist es so, dass wir tatsächlich für das Silence Magazin ein Interview gefilmt hatten mit Sin Sanem damals 2018, als sie auf Promotour waren. Ich war da leider nicht anwesend, weil ich es zeitlich nicht einrichten konnte und muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es jetzt auch wirklich sehr stark. Man rechnet auch einfach nicht damit, dass man nie wieder die Chance dazu bekommen würde. Ich verlinke euch dieses Interview mal unten. Ich meine, nun stirbt man ja nicht einfach so mit 46 Jahren. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch nicht so viel darüber bekannt, was jetzt geschehen ist. Eine Todesursache wurde noch nicht genannt und man munkelt natürlich sofort, das war auch sofort in den Chat Nachrichten zu lesen, man munkelt sofort, dass es an einer Überdosis liegen könnte. Vermutlich auch im Hinblick auf das Ableben von Paul Gray 2010, der mit nur 38 Jahren an einer Überdosis verstarb. Und vor allen Dingen vermutlich auch, weil Joey selbst so, naja, Drogenprobleme hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, ist das alles noch völlig unklar. Was bekannt war, ist, dass er an transversaler Myelitis litt. Das ist eine Nervenerkrankung. Diese, so sagt er zumindest selber, hat er aber bereits 2018 überwunden. Kam sie etwa zurück? Mein Instagram war jetzt jedenfalls sofort überflutet mit Bildern von Joey und ich kenne so viele Leute, die von ihm und seinem Drumming beeinflusst waren, die durch ihn zur Musik gefunden haben, zu ihrem Instrument gefunden haben, zum Metal gefunden haben. Er war ein wirkliches Vorbild für unzählige Menschen dort draußen. Ja, weil er eben nicht nur der Schlagzeuger war, sondern auch Autor oder Co-Autor, zumindest der erfolgreichsten Songs von Slipknot. Manche würden auch behaupten von allem, das bis 2013 entstand. Wenn wir davon ausgehen, dann ist sein Einfluss auf die jetzige Metal-Szene noch viel gewaltiger. Denn auch, wenn es einigen von euch jetzt nicht schmecken mag, Slipknot war für so extrem viele Menschen, die diese Musik heute lieben, der Einstieg in harte Musik. Warum war die Musik von Slipknot für viele so eine Offenbarung? Naja, vielleicht, weil Joey eben so an die Musik herangegangen ist, wie ich das am Anfang schon zitiert habe. Es ging ihm eben um die Emotionen darum, Menschen zu erreichen mit der Musik. Und wie alles, was am Ende gut wird, passierte auch das einfach. Also passierte Slipknot einfach. Nathan Jones, wie er eigentlich heißt, wurde am 26. April 1975 in Des Moines geboren und war nie besonders gut in der Schule, bekam schlechte Noten, hielt sich selbst für sehr introvertiert und entdeckte in seiner Jugend halt Kiss und Black Sabbath in den frühen 80ern. Und seine Eltern unterstützen das so ein bisschen. Er gründete seine erste Band in der Grundschule, wie immer, früh übt sich. Vor allen Dingen, wenn man eben diese Passion hat. Und damals spielte Jordason noch Gitarre mit einem Freund, der nicht so gut am Schlagzeug war. Deswegen tauschten sie einfach Instrumente. Und so kam er dann am Ende zum Schlagzeug. Als er in der 5. Klasse war, bekam er dann von seinen Eltern tatsächlich auch ein eigenes Schlagzeug, überraschend geschenkt, und spielte dann weiter mit seinen Freunden. Und zwischen 95 und 97 dann arbeitete er an einem Nachtschalter einer Tankstelle. Und dort tatsächlich entstand Slipknot, entstand der größte Teil des Slipknot-Konzepts, der Songs. Bis abends um 10 ging das Bandtraining normalerweise, Sean kam gegen 11.30 Uhr dann dazu und dann schmiedeten sie bis 5 Uhr früh Pläne und überlegten sich, wie es denn mit der Musik vorangehen könnte. 96 kamen sie dann dazu, Masken zu tragen und veröffentlichten ihre erste Demo. Das war Made Feet Kill Repeat. Und da war eben auch schon ein Song namens Slipknot drauf, der dann später mit dem Titel Sick umgestaltet und aufgenommen wurde. Ja, das selbstbetitelte Debüt erschien dann am 29. Juli 1999 und wurde dann dank eines Slots beim Ossfest und Videos zu den Singles von Wait and Bleed und Split It Out tatsächlich innerhalb eines Jahres Platin prämiert. Und also, das ist krass. Und der Rest dazu ist eine eigentlich absurde Erfolgsgeschichte. Und es hätte so weitergehen können. Doch 2013 wurde er dann aus der Band geworfen. Und anfangs war nicht bekannt, was jetzt eigentlich der Grund war dafür. Ja, man vermutete damals noch Drogenmissbrauch. Er wusste selbst nicht zu dem Zeitpunkt, was eigentlich das Problem war. Und er legte auch nicht unbedingt den gesündesten Lebensstil an den Tag, muss man auch sagen. 2016 sprach er dann aber auf den Metal Hammer Golden Guard Awards und sagte folgendes, ich möchte das mal zitieren. Gegen Ende meiner Karriere bei Slipknot wurde ich wirklich krank. Ich bekam eine fürchterliche Krankheit namens transversale Myelitis. Ich verlor meine Beine. Ich konnte nicht mehr spielen. Es war eine Form der Multiple Sklerose, die ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Ich habe mich irgendwie zusammengerissen, habe mich ins Fitnessstudio gezwungen, habe mich in die Therapie gezwungen, um diese Scheiße zu besiegen. Und wenn ich das konnte, dann könnt ihr das. Es ist das Schwerste, was ich je in meinem Leben getan habe, schwerer als alles andere. An alle Menschen mit Multiple Sklerose, Transversa Myelitis und irgendetwas Ähnlichem. Ich bin der lebende Beweis, dass ihr diese Scheiße besiegen könnt. Und Metal und all diese Fans werden das für euch tun. Ich danke euch so verdammt sehr für eure Hilfe. Und ich meine, sei mal ganz ehrlich, wenn man jetzt auf 2013 zurückblickt mit der Erkenntnis, dass es ja auch um nervliche Probleme ging, um gesundheitliche Probleme ging, muss man sagen, das lief ganz schön scheiße. Also es lief generell unter aller Sau. Ich zitiere hier nochmal, kein Bandtreffen, keines. Irgendwas vom Management, nein, nichts. Alles, was ich bekam, war eine blöde E-Mail, in der stand, dass ich nicht mehr in der Band bin. Die ich mein, die ich, der ich mein ganzes Leben in den Arsch gesteckt habe. Das war feige und abgefuckt. Nun gibt es wieder ein Statement. Und zwar ein Statement zu seinem Tod. Das Statement der Familie liest sich wie folgt. Joes Tod hat uns mit leeren Herzen und Gefühlen unbeschreiblicher Trauer zurückgelassen. Diejenigen, die Joey kannten, verstanden seinen schnellen Verstand, seine sanfte Persönlichkeit, sein riesiges Herz und seine Liebe zu allem, was mit Familie und Musik zu tun hat. Die Familie von Joey hat Freunde, Fans und Medien gebeten, unser Bedürfnis nach Privatsphäre und Frieden in dieser unglaublich schwierigen Zeit zu respektieren. Die Familie beabsichtigt, sozusagen jetzt im Stillen eine Trauerfeier abzuhalten. Und woran er starb, wie gesagt, ist bisher nicht bekannt. Und die Frage ist, könnten es denn theoretisch Nachwirkungen dieser Krankheit sein? Ich habe dazu mal ganz kurz recherchiert. Die transversale Myelitis ist eine akute entzündliche Erkrankung des Rückenmarks. Das körpereigene Immunsystem greift dabei die Myelinscheiben der Nervenzellen im Rückenmark an. Sie kann ohne eine bekannte Ursache oder als Folge einer anderen entzündlichen Erkrankung, zum Beispiel der multiplen Sklerose, auftreten. Zudem kann es durch eine Infektionserkrankung zu einer transversen Myelitis kommen. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu erholen, sogar vollständig die geschädigten Funktionen wiederherzustellen, ist bei früher Diagnose eigentlich nicht so unwahrscheinlich. Also zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, lässt darauf schließen. Aber nur gesetzt dem Falle, dass es eben keine MS ist, die da mit einhergeht. Es gelang ihm auch, wieder aktiv sein zu können. Nicht mehr auf dem Drumming-Level von der Zeit davor, aber trotzdem passabel genug, um neue Bands zu gründen oder mit neuen Bands unterwegs zu sein. Die transverse Myelitis tritt als Erkrankung in der Regel nur einmal auf. Also wenn man die überwunden hat, ist es nur ein geringer Prozentsatz, der dann tatsächlich einen Rückfall erleiden kann. Ich habe jetzt jedenfalls auch nirgendwo gelesen, dass man davon tatsächlich sterben kann. Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Ich meine, wer hat von Neurologie Ahnung von euch? Das ist wirklich, also ist ja schon sehr anspruchsvoll und spezifisch. Und meiner Meinung nach gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie das jetzt ausgeht. Nummer eins, er ist an einer Ursache gestorben, die wir noch nicht abschätzen können. Er hat seit über einem Dreivierteljahr nichts mehr auf Social Media gepostet. Der letzte Post auf Insta war vom Oktober 2020, beziehungsweise im Dezember ein Video von seinen Katzen. Seine Frau oder Freundin, das weiß ich jetzt nicht genau, Amanda Victoria, hat seit einem Monat nichts mehr gepostet. Es könnte also sein, dass er seit einer geraumen Zeit an etwas anderem litt oder generell litt, dass da irgendetwas war, was nach außen nicht durchdrang. Die zweite Möglichkeit ist, vielleicht hat ihn tatsächlich die Drogenabhängigkeit wieder eingeholt. Man weiß es ja nicht, gerade in Zeiten von Corona ist das ja etwas, das wirklich, ich meine, wäre es eben nicht belastet. Oder eben die dritte Möglichkeit, er hatte doch MS oder einen schlimmen Rückschlag mit der TM und wollte lieber selbstbestimmt sein Leben beenden, was ich tatsächlich auch sehr gut verstehen kann. Aber ey, das sind wie gesagt jetzt nur ganz krude Hypothesen, nur für all die, die jetzt so ein bisschen noch drüber nachdenken wollen und da gerne irgendwie mehr wissen wollen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen an diesem Punkt. Alle Versionen sind furchtbar traurig und schade um so einen großen Musiker, der so viele von euch berührt hat. Aber Joey lebt ja weiter durch die Musik mit Slipknot, aber auch andere Musik. Ja, er war ja auch bei den Murder Dolls. Er war bei Scar The Martyr, bei Sin Sanem, bei Vimmick war er aktiv. Er war auch als Gastmusiker bei O-Tab, bei Necrophagia, bei Rob Zombie. Er hat zum Beispiel 2005 für Roadrunner Records das Roadrunner United Projekt mitgeleitet. Er hat da mehrere Tracks beigesteuert, war Teamchef von einer solchen Supercrew. Durch diese Musik, durch seine Performances wird er uns dahingehend erhalten bleiben. Man muss eben auch eingestehen, ohne diesen sehr rhythmusorientierten Stil wäre Slipknot auch nicht Slipknot geworden. Und den brachte Joey in die Band. Und seine gewaltige Energie, möchte ich sagen, hat eben weltweit unzählige Menschen inspiriert, wie einfach jeder von euch heute früh auf Instagram sehen kann. Es ist einfach, es ist ja sehr, sehr deutlich, dass dem so ist. Der Rolling Stone schrieb. Jordison war der Motor, der Slipknot's Musik in ihren frühen Tagen am Laufen hielt. Seine stolische Präsenz hinter dem Schlagzeug und seine virtuosen Schlagzeug-Soli, wie sie im Disaster Pieces-Film der Band festgehalten wurden, wo sein Riser in den Himmel aufstieg, machten ihn zu einem Lieblingsmitglied der Fans. Hinter den Kulissen war Jordison maßgeblich an Slipknot Songwriting beteiligt und seine im Nacken rasselnden Rhythmen und Death Metal Blast Beats waren ein entscheidender Bestandteil des plötzlichen Erfolgs der Band. Er wird dahingehend immer ein Teil der Metal-Geschichte sein. Und vielleicht habe ich jetzt noch einen kleinen Trost für euch. Es gibt nämlich auch noch ein Vermächtnis. Denn Joey sagte einmal, Ich habe noch tonnenweise Songideen und Riffs für Slipknot zu Hause. Vielleicht wird es eines Tages verwendet, vielleicht aber auch angehört werden, aber ich werde die Sachen definitiv nicht für eine andere Band verwerten. Sie sind und bleiben im Slipknot-Tresor. Wer weiß, vielleicht werden Teile dieser Ideen ja posthum noch das Licht der Welt erblicken. Als Ehrung für Joey. Was sind eure Gedanken zu Joys Toad? Schreibt es mir gerne dort unten in die Kommentare. Hat er für euch mit seinem Drumming, mit seiner Musik, mit seiner Präsenz, mit seiner Anwesenheit in der Band und seiner maßgeblichen Beeinflussung der Musik auch eine Rolle für euch gespielt in eurem Leben, für eure musikalische Entwicklung? Das würde mich sehr interessieren. Er ist auch leider, und es ist furchtbar, dass man das so sagen muss, nicht der Einzige, der gerade viel zu früh von uns gegangen ist, nur einer von zwei Todesfällen, die wir gerade eben zu beklagen haben. Es geht nämlich um Mike Howie von Metal Church. Der ist nämlich auch gerade überraschend mit 55 Jahren verstorben. Auch hier weiß man noch nicht, was eigentlich passiert ist. Hier ist die Informationslage auch grundsätzlich ziemlich dünn. Howie war auch 20 Jahre lang nicht der Sänger von Metal Church. Er kam erst 2015 wieder zu ihm zurück, nachdem er in den Initialen Alben getrellert hat. Es ist auf jeden Fall sehr dramatisch und sehr tragisch. Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich euch jetzt so mit schlechten Nachrichten belästigen muss, wenn es um Musik geht. Ich würde mich auch freuen, über Erfreulicheres berichten zu können. Vielleicht, wenn ihr was Erfreuliches sehen wollt, könnt ihr am Samstag beim Wacken Barbecue einschalten, wenn ihr noch nichts vorhaben solltet. Über Magenta TV ist das. Just saying, ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ballert euch ein bisschen Metal Church und Slipknot. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüssikowski.